Herzlich Willkommen im Restaurant Fischerhus. Als das Fischerhus 1991 in Gretziel eröffnete, konnte keiner ahnen, welche Chance sich mit diesem Restaurant in den folgenden Jahren bieten sollte. Seitdem haben zahlreiche Restaurantführer die Klasse des Hauses bestätigt. Zuletzt zeichnete der Schlemmeratlas von Aral das Fischerhus mit den zwei begehrten Kochlöffeln aus. Die Spezialitäten des Chefkochs sind kleine Kunstwerke. Krabensilze auf Gretzieler Art und das Cordon Bleu vom Seelachs. Gefüllt mit Nordseekrabben in mediterraner Gemüsekruste an Hummerschaum. Der ostfriesische Schneckenkuchen wird hier in eigener Kreation angeboten. Dieser wird wie alle anderen süßen Genüsse in der hauseigenen Konditorei angefertigt. Den guten Service verdanken die Gäste dem langjährig treuen, freundlichen und kompetenten Team in Küche und Service. Die Inneneinrichtung im Fischerhus ist sehr authentisch. Der Region verpflichtet, mit liebevoll ausgesuchten Antiquitäten und Kutter-Miniaturen. Wenn das kein Ostfriesen-Feeling ist. Wenn Sie mal wieder einen entspannten Abend in gemütlicher Atmosphäre mit tollen Gerichten genießen wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Wir freuen uns schon auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020